Ja, wir haben zum Beispiel, sind wir an die Grenze gefahren und haben Luftballons hochgelassen, haben an diesen Luftballons Zündschnuren dran gemacht und haben dort Flugblätter ran gehängt. Hunderttausende Flugblätter, die dann in den Abendstunden oder wenn drüben ein Militärparad in Ostberlin war, haben wir diese Flugblätter, da hat einer genau die Windrichtung ausgemessen, die Zündschnur, wie lange die laufen muss, bis die runterkommen und da sind plötzlich während einer Militärparade Hunderttausende von Flugblättern in diese Militärparade hineingekommen und das wussten die, dass das von unserer Gruppe aus und von mir, dass ich dort mitgeholfen habe. Und dementsprechend war ich natürlich, ich war ein Hauptgegner für die DDR-Regierung, also Herr Milke, jeder, der nämlich die ehemalige Deutsche Demokratische Republik gedemütigt hatte, der bekam es dann mit Herrn Milke zu tun, ob das die Flüchtlinge mit den Heißluftballons waren, ob ich das war, ob das Herr Lutz Eigendorf war, den man mit Durchgipsanschlag ermordet hat. Und dementsprechend musste man sich darauf einstellen, dass die zu jedem Tag und Nachtzeit zuschlagen. 2 4 5 5 5 4 6 Vielen Dank.